Hier ist der Okay 171 Ah ne, das ist die Minus 19 Minus 19 Minus 19 Und Nee Ah hier Hm Ja Okay, das geht aber noch Es wird sich wunderschön, aber Wie viel ist denn das? Eins Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Stück Okay, gucken wir doch mal, ob wir nicht irgendwie das Ding da noch sechs höher machen können Ja Ja, und da ich nicht wollte, dass ich hin und her Davon muss es auch dreimal wieder runter, damit ich Wasser holen kann Ähm Ähm So Schilder Wir brauchen Schilder Holz Schilder 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 Ok, was ich jetzt mache... Live-Computer... C. FRAPS Gut, und hier ist die Aufnahme vom letzten Mal. Die klickt jetzt mal... Oh, da ist die Musik weg. Die klickt jetzt mal an. Ah, da bin ich. Ok. Ja, spiel ab. Gut. Was mache ich mit den Sachen? Was mache ich mit den Sachen? Nein, oder? Habe ich... Ok, warte. Da habe ich die Schilder noch. Da habe ich die Schilder noch. Vier Schild... Ok, vergesst es. Vergesst es. Entschuldigung, falls das jetzt nervig war für euch, aber... Ich kann doch auch nicht zuhören, dass ich so ein Vollidiot bin. Ich habe eine passende Anzahl an Schildern gemacht. Ich hatte das falsch in der Erinnerung. Zack, zack. Zack, zack. Machen wir einfach mal mehr. Erstmal hier zu... So, so, so. Pam. Jetzt habe ich schon wieder so viele Schilder gemacht. Den viele habe ich das letzte Mal auch gemacht. Egal, brauchen wir bestimmt noch mal. Wir werden ja noch mehr Sachen bauen. Entschuldigung. Oh, Moment. Musik. Wiedergeben. Entschuldigung fürs Husten. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Aber ich muss jetzt halt aufnehmen, sonst schaffe ich das Buch dann nicht mehr. So. Und wir gucken jetzt mal... Was? Um Gottes willen. Geh weg. Geh weg. Tschüss. Gott. Wisst ihr, was ich einmal probiere? Sollte das klappen? Ähm. Werden wir das nächste Mal dann damit spielen. Mein Gott. Und zwar werde ich gucken, ob ich mit Tech It... Hier Sound habe. Wir werden die Tech It Features nicht nutzen. Aber wir werden dann mit dem Client spielen. So, ich leuchte hier mal aus. 2,3,4,5... 1,2,3,4,5... Jetzt noch einen höher. 6. So. Und tschüss Jetzt muss hier auch eins Zwei Drei Vier Fünf Moment So Und so So, nur mal damit ich hier eben nämlich folgendes machen kann Jetzt euer Ernst? Egal Okay So Zeig mal, was die ganze Zeit vorbringt, der Fackel ist aber nicht klappt Das So Zack Ja genau, das wollte ich Und so Eben gucken, ob Outer City Aufnahme noch läuft Das würde mich jetzt nämlich richtig aufregen Auch wenn ich die Welt gerade vorsorglich gesichert habe Was für echt ein doofes Wunder bei mir ist Eigentlich Dass ich die Welt mal sicher Die letzte Sicherung wurde am 17 17. gebracht Und wir haben jetzt mittlerweile den 11.10. Das ist nicht immer, wie oft ich mein Minecraft sicher Was eigentlich total doof ist Naja Vor allem, weil ich sie als Let's Playa Und dass man nicht so toll ist, wenn man alles verloren geht Und was noch passiert ist, dass ich die Erfahrung ja schon machen durfte Und nichts daraus gelernt habe Ein höher muss ich noch So Hier erstmal das Schild hin Nicht da Nur mal so vorsorglich Bis das fertig ist Okay, die Koordinaten sind Minus 19 Nein, Minus 19 Oh, mein Gott Erschrocken Ja, hier wird sowieso jetzt zugebaut Natürlich nicht da Ich hab übrigens das nervige Wassergeräusch gefunden Das hab ich nach der Aufnahme nochmal gesucht Das kam vom Meer Von oben nicht von unten Hab ich dann gestoppt Damit wir uns Ruhe haben beim Bauen Äh, 168 Dipp, dipp, dipp Was mich auch ein bisschen stört Ist, dass ich jetzt Ich sag ja die ganze Zeit, dass ich jetzt so viel aufnehmen muss Was dabei das störende für mich ist Ist, dass ich immer noch so ein bisschen krank bin Meine Stimme, dass man nicht so mitmacht Wie ich das gerne hätte Hm Baum 23 hoch Der Sturz aus 23 Blöcken Zieht genau Ein Äh, so viel Leben Dass noch ein halbes Herz beim Zombie überbleibt So Das kann man weg Das Eisen Das hätte ich nämlich hier sehr gerne So So Okay Gut Gut, dann geht's gleich los Hier noch einmal hinbauen So Da gucken wir gleich mal Ob es funktioniert Wobei ich noch Schilder holen muss So Wir legen jetzt nämlich das frei Und ebenen das Ganze hier ein bisschen an Ich will, dass es nämlich einigermaßen gut aussieht Hier auch Völlig, ich muss denen das hier morgen zeigen Wie das hier alles aussieht Naja, könnt ihr auch Für alle, die da nämlich neu dazukommen sind Letztens erst Die werden dann nochmal alles sehen Was wir bisher gemacht haben Was ehrlich gesagt Recht wenig ist Ich werde hier nochmal überall durchlaufen Eine Runde Und alles nochmal zeigen Ich kann das Ich würde das natürlich gerne jedem zeigen Der das Display neu verfolgt Aber Ähm Ne Da müsste ich ganz oft das machen Das heißt ganz oft Ich müsste Ja Rein theoretisch Klickt bestimmt jedes Mal Irgendwer Neues das Video an Und das ist Und da müsste ich halt rein theoretisch jedes Mal Ne Cleanstone holen Super Zusammenhang Bitte einmal machen Danke In den Brauräumen werden sowas von Öfen kommen Aber sowas von Moment Wichtige Sachen vergessen Holz Das hier Cleanstone Nein Schließung Cobblestone Zweimal bitte Meine Werkbank Nicht das Das hier Und dann bitte einmal Ach hier komm So Einen ganzen Zweisex Treppen Dann gehen wir da jetzt wieder runter Aber diesmal anders Und so möchte ich jetzt hier einen Abstieg haben Und so Und so Und so Und so Vielen Dank.